Und warum man so macht mit einem Glas? Es ist nicht nur fancy auszuschauen, so ich bin so prätentiös und ein Sommelier. Ja klar, das gehört auch dazu. Aber es geht mehr um Folgendes. Wenn ein Wein so im Glas sitzt, die Oberfläche ist einfach so. Und es ist begrenzt. Gibt es viele Füße hier unten, das natürlich keinen Kontakt mit dem Sauerstoff hat. Und sobald du so machst, wenn du ein Bild davon machst, ist der ganze Wein über das ganze Glas verteilt. Und so dünn, statt so tief ins Glas. Das heißt, fast jede Weinmoleküle und Tropfen, was auch immer, hier im Glas, jetzt in Kontakt mit dem Sauerstoff kommt. Und das löst die ganzen Aromenmolekülen auf, die dann hier im Glas halt so sitzen. Und dann, wenn du sofort so machst, dann diese ganzen Schießen sich wirklich durch bis hinten, wo wir einen Riesenteil an unseren Geruchssensorik-Geschmacksnerven haben, hier hinten, hinter die Nase. Gehst die recht hoch und dann checken wir zack, 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 als Infos, als Emotionen, als Geschmäcker. Und wenn du das schon hast, dann du kannst hier jetzt anfangen, durch den Baum zu gehen. Als wir gerade gelernt haben in den letzten Episoden, jetzt bauen wir wirklich auf. Man geht durch die Früchte, das Holz, die anderen Sachen und die Erdigkeit. Und man macht alle Notizen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack.